Noch eine Nachricht. Ein mutmaßlicher Drogenmörder hat in Berlin ein drittes Opfer mit K.O.-Tropfen getötet. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Steltener mit. Der 41-Jährige wurde am 15. Mai mit einer Überdosis in seiner Neuköllner Wohnung umgebracht. Der Täter hatte, wie berichtet, bereits zwei Todesfälle eingeräumt und sitzt in Untersuchungshaft. Alle Opfer stammen aus der homosexuellen Szene.